Wir haben sie zu gut repariert. Schon okay. Das machen beste Freunde so, hab ich recht. Okay, Tobias, ich will dir das echt nicht sagen. Also macht Gammol es. Es ist nicht klar. Ich mein, lies zwischen den Zeilen. Was? Es gibt unausgesprochene Unterschiede bei Freunden und wir sind ganz gute, aber keine besten Freunde? Tja, ich... Was? Das kommt von meinem narzisstischen Trugbild verursacht durch die innere Angst vor meinem wahren Platz im Universum? Heißt das etwa? Du willst gar nicht mehr sein. Als ein ganz guter Freund. Echt jetzt? Das war auch mein Gedanke. Hey, du bist nicht die Art von Freund, die wir für die wirklich wichtigen Dinge holen würden. Wie eine Couch verschieben. Ja, verstehe. Ich kann nicht dein bester Freund sein, denn es kann nur einen geben. Ja, aber du stehst an fünfter... Sechster. An sechster Stelle. Also wenn all die anderen Freunde jetzt weg wären, wären wir beste Freunde. Grundsätzlich. Ja, ich würde mich mit dir begnügen müssen. Dankeschön. Gern geschehen. So. Ende gut. Alles gut. Kennst du dieses Kribbeln im Bauch, wenn jemand tragischerweise etwas, das du ihm gesagt hast, auf gefährliche Weise missversteht? Hm. Nein. und fangen wir an. An Schwert, dann bin ich nicht interessiert. Ich dachte, sie verkaufen gefälschte Handtaschen. Nein, es kann nur einen geben. Einen Händler? Nein. Einen Feind! Oh! 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 Ja, gib mir die Macht deiner Freundschaft! Das entfreut mir nicht nicht mich! Es kann nur einen geben! Der steht auf Kalt! Oh, danke. Ich bin ein Geist, du möchtest gern Sportler. Du hast gerade nur einen Stock in zwei verwandelt. Falsch. Ich hab ihn in einen Geisterstock verwandelt. Es kann nur ein geben! Gumball. Ich habe alle deine Freunde besiegen, bis auf einen. Yeah! Yeah! Er hat's wohl falsch verstanden. Tut mir leid, Darwin, aber es kann nur einen geben. Ich hab jetzt die Kräfte von Gumballs Freunden. Ergieb dich deinem Schicksal, Darwin! Darwin! Mist, er war sicher bei Leslie. Den schlägt niemand auf der Tanzfläche. Was wird das? Ich nutze Bananajos Kräfte, um ihn zu verstrahlen. Das kann etwas dauern. Eine Banane hat nur 360 Milligramm Kalium. Gut, können wir zum nächsten übergehen? Ich hab noch mehr zu tun. Tja, ich wollte Sarahs Kräfte nutzen, aber das Zeichnen deiner Gegner, wie sie sich in dich verlieben, bringt hier nichts. Aber Carrie hingegen... Ich bin die Nummer eins. Nein, bist du nicht. So funktioniert Freundschaft nicht. Du kriegst keine Freundschaftspunkte, nur weil du alle verprügelst, die ich kenne. Und du hast auch nicht ihre Zauberkräfte. Geht das auch bitte etwas leiser? Es kann nur einen geben. Hey, es ist nicht wichtig, ob wir beste Freunde sind. Denn du bist ein guter Freund, Tobias. Und gut ist gut. Stimmt's? Ich weiß. Tut mir leid. Ich wollte einfach mehr und wurde dann etwas... Ja, es war ziemlich... Komm her, mein Freund. Los, hilf mir mal mit der Couch. Ja, ich bin ein guter Freund, aber nicht die Art, die man holt, um eine Couch zu verschieben. Hm. Hm, hast ja recht. Er hat recht.